Die Madeira Fledermaus ist eine europäisch-nordafrikanische Fledermausart aus der Gattung der Zwergfledermäuse. Sie gilt als eine sehr nahe Verwandte der Weißrand Fledermaus, eine tatsächliche Trennung dieser beiden Arten ist noch nicht genau bestimmt. Die Madeira Fledermaus kommt außer auf der Insel Madeira auf einigen kanarischen Inseln und möglicherweise in nicht gesicherten Vorkommen auf den Azoreninseln vor. Die Art unterscheidet sich von der Zwergfledermaus durch die etwas geringere Größe. Dies gilt ebenfalls noch im Vergleich zur Größe von Weißrand Fledermäusen in kontinentalen Gebieten. Das Fell ist auf Ober- und Unterseite in etwa gleich gefärbt und wird als schokoladenbraun bis hin zu rutt- und orangebraun beschrieben. Der Gesichtsbereich, die Ohren und Flughäute sind annähernd schwarz gefärbt und zeigen damit Ähnlichkeit zur Zwergfledermaus. Ebenfalls ähnlich sind die Ortungslaute, deren unteres Frequenzende bei 42 bis 47 kHz liegt. Die Art Unterscheidung zwischen Madeira Fledermaus und Weißrand Fledermaus ist nicht endgültig geklärt. Es gibt in den Populationsdurchschnitten Unterschiede in der Größe, der Fellverbung und im Verlauf der Ortungsrufe. Tatsächlich unterscheiden sich örtlich abgegrenzte Gruppen von Madeira Fledermäusen und von Weißrand Fledermäusen der Inseln jeweils stärker von kontinentalen Weißrand Fledermäusen als untereinander. Üblicherweise orientiert sich die Artenunterscheidung daran, ob die verschiedenen Gruppen untereinander Nachwuchs hervorbringen können. Ernährung Die Madeira Fledermaus ernährt sich, ähnlich wie Zwerg- und Weißrand Fledermaus, von zwei Flüglern, Nachtfaltern und Käfern. Die Jagd verläuft ebenfalls ähnlich wie bei den beiden anderen Arten, entweder in niedrigerer Höhe im freien Luftraum oder in kleinräumigen Bereichen. Wie zwischen Büschen, den Kronen von Bäumen oder im Siedlungsbereich ZB in der Nähe von Straßenlaternen. Systematik Die Madeira Fledermaus gehört zur Gattung der Zwerg-Fledermäuse, die weltweit rund 35 Arten umfasst. In Europa leben vier weitere Arten, die Rauhaut Fledermaus, die Zwerg-Fledermaus, die Weißrand-Fledermaus und die Mücken-Fledermaus. Bedrohung Die Madeira Fledermaus steht unter Naturschutz. Auf Madeira und den Kanarischen Inseln ist die Art weit verbreitet. In der roten Liste der IUCN 2008 wird die Art als Entangered geführt. Als Gründe dafür gelten das kleine Verbreitungsgebiet und der Rückgang der Populationen aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums und des Einsatzes von Pestiziden.